Es ist wieder soweit. Jeder erste Samstag im Monat. Graffiti-Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene. An der Böwemannstraße 4D in Greven. Mit Anfängern machen wir eine kurze Einführung in das Thema Graffiti. Wir zeigen euch den Umgang mit der Dose und die verschiedenen Techniken. Wenn ihr schon mal hier wart oder bereits Dosen in der Hand gehabt habt, dann könnt ihr eure Technik hier verfeinern und den Umgang vielleicht noch etwas verbessern. Wenn du jetzt denkst, hey, das finde ich ganz interessant, bin ich zu jung oder zu alt? Nein, bist du nicht. Meld dich einfach. Wir kriegen das schon hin. Wenn du Vorbehalte hast, weil du vielleicht kompletter Anfänger bist, hey, das sind wir gewohnt und genau dafür ist der Workshop. Komm vorbei, schnuppere mal rein. Es ist immer total nett bei uns. Wir haben angenehme Leute da, die Trainer wissen, wie sie euch anleiten sollen und grundsätzlich haben wir eine kreativ fördernde Stimmung im Raum. Aber vielleicht kannst du auch schon malen, hast aber nur keinen Raum. Meld dich bei uns. Hier jetzt ein paar Stimmen von Teilnehmern aus dem letzten Kurs. Nö, wir waren heute bei Bund mit uns im Graffiti-Workshop. Ich wollte diesen Graffiti-Kurs unbedingt mitmachen, weil ich eigentlich Acryl male, um wunderschöne Hintergründe zu spreen, um darauf vielleicht abstrakte Porträts zu malen. Total gut. Dafür, dass meine Tochter mich überreden musste, heute hier hinzukommen, weil ich gedacht habe, ich wäre zu alt dafür und ich kann das nicht, weil ich überhaupt nicht begabt bin in sowas, hast du das supergut gemacht. Oh, schön. Du hast mir da sehr viel Inspiration gegeben und hast mir auch Ruhe gegeben, mich selber zu finden und meine innere Mitte. Also würde ich jedem empfehlen. Mal ist es geglückt, mal nicht. Ich habe Techniken gelernt, das war mir wichtig, deswegen bin ich hier hingekommen. Und Max hat uns tatkräftig unterstützt. Die Techniken halt, also die kriegt man hier wirklich supergut beigebracht. Ist schon ein bisschen schwierig, aber ein bisschen Übung heute, da hat das alles super geklappt. Wenn es mal schwierig wurde, habe ich genau die Unterstützung gekriegt, die ich brauchte. Und jetzt werde ich gleich nach Hause gehen mit meinem Bild und mich einfach nur freuen, dass ich heute hier war. Wir werden mit Sicherheit das nächste Mal wieder dabei sein, weil die Bambi hier heute zusammen, Bambi war eigentlich ein Team, das hat wirklich mega Spaß gemacht. Und ja Leute, macht es auch immer mit. Also es gibt schlechte Tage und es gibt gute Tage. Dieses hier heute war ein richtig guter Tag. Ein Workshop mit Max, Bund mit uns. Hey, jetzt habt ihr es selber gehört. Jeden ersten Samstag im Monat, 12 bis 17 Uhr, Böwemannstraße 4D in Greven. Anmeldung unter info at bundmituns oder nehmt Kontakt mit uns auf www.bundmituns.de Wir freuen uns auf euch. Also bis Samstag.